Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pflanzen vs. Zombies 2. In der letzten Folge haben wir im Mittelalter den Endlosen-Modus freigeschalten und ungefähr die Hälfte der Level geschafft. Ne, ein bisschen mehr als die Hälfte sogar. Und machen jetzt bei Level 13 einfach weiter. Oh Gott. Junge, die Erbsenkanone und Walnuss sind wirklich Meister ihres Fachs. Einfach zwei Pflanzen, die wirklich gut zusammen kämpfen. Benutzer Dave, vielleicht bist du geistig doch nicht so umnachtet, wie du gerne mal den Anschein machst. Was, wenn es eine Pflanze gäbe, die die Fähigkeiten der Erbsenkanone und der Walnuss kombiniert? Sozusagen eine Erbsnuss. Zwei tolle Eigenschaften in einer Pflanze? Erzähl ruhig weiter davon, bald nennen sie dich nur noch Debbie Penny. Was für uns beide wohl etwas seltsam wäre. Ah ja, genau. Die Walnuss ist ja glaube ich auch so eine Pflanze, die ich theoretisch freischalten kann. Stimmt. Nicht die Walnuss, sondern hier die, ne? Ihr wisst schon, die Walkanone. Keine Ahnung. Die Schussnuss. Aber ich weiß noch nicht mehr, wie die sich nennt. Und die haben gerade den, ich glaube sie hat gerade den Namen gesagt, aber ich hab's schon wieder vergessen. Ähm. Das war glaube ich auch eine, die man sich mit Diamanten freischalten kann. Und wo ich auch überlegt hatte, ob ich die vielleicht mitnehmen will, ob die vielleicht gut ist, aber... Und ich hätte erstmal das Grab essen sollen, weil wenn jetzt hier hinten jemand kommt, dann... Dann ist es doof. Ey! Die hab ich gerade erst dahin gesetzt. Das ist mies. Das ist mies. Das sollte so nicht funktionieren. Das ist... Und ich hab den hier unten irgendwie immer noch nicht weggemacht. Naja, von mir aus hier, komm. Der wär so oder so durchgekommen. Sind wir mal ehrlich. Den hätte ich dann nicht mehr weggekriegt. Ja, mach mal den da weg. Dankeschön. Dann haben wir nämlich unsere Pflanzen wieder zurück. Zurück. Zurück haben wir die dann. Necromantie! Äh... Finde ich nicht toll. Hier. Weg mit dir. Dankeschön. Wiedersehen. Dankeschön. So, jetzt... Haben wir auf jeder Reihe wenigstens erstmal... Äh... Das mag ich nicht. Klar. Jester Zombies. Okay, das ist dumm. Vor allen Dingen, weil der... Weil der das ja auch ignoriert. Der ignoriert ja solche Geschosse einfach. Aber der macht hier jetzt gerade die ganze Zeit einfach hintereinander schade. Und ich kriege gerade keine... Keinen weiteren Puff-Schwum. Kein Stinkepilz. Hier. Weg mit dir. Wupp. So, und du wirst einmal neu aufgebaut. Dankeschön. Wir haben gerade keine Grabstau... Sind sie doch. Ja, oben hat genug. Oben hat genug. Ja, ich bin halt... Aufgrund der... Aufgrund der Hofnaht-Zombies bin ich jetzt nicht so ein großer Fan davon, dass wir jetzt irgendwie so viele von diesen Erbsnuss... Nüssen-Pflanzen bekommen. Weil das halt einfach bedeutet, wir haben wesentlich mehr Projektile, die durch die Gegend fliegen. Äh... Gut, den haben wir relativ schnell durchbekommen. Ich glaube aber... Oh Gott, das ist genau die Reihe, wo ich den Dingens schon benutzt habe. Ja, anders hätte das jetzt nicht geklappt. Anders hätte das jetzt auf der Reihe nicht geklappt, tatsächlich. Und die Erbsnüsse ganz am Ende zu setzen, ist glaube ich auch nicht die beste Idee. Wenn wir mal ehrlich sind, weil wenn die Zombies bis dahin gekommen sind, weiß ich nicht, ob das dann noch so viel ausmacht, da dann zu halten, Wald zu haben. Einfach aus dem Grunde, weil es ja nichts dahinter... Weil nichts dahinter stehen kann. Also noch eine Reihe dahinter, um auch noch mit mehr Schaden zu machen. Und wenn ein Zombie so stark ist, dass er bis dahinten hinkommt, dann hat er bestimmt noch genug Ausdauer, um die dann auch wegzufressen. Das ist auf jeden Fall nur logisch irgendwie. Beziehungsweise vielleicht bis zu dem Zeitpunkt dann nicht. Und wenn er dann die ganze Zeit Schaden durch die Erbsnuss bekommt... Potenziell ja nicht. Potenziell passt das dann doch. So, mach mal die Jester hier kaputt. Dankeschön. Doch den ganzen Rest, der da so ist. Nein! Nein, der hat genau in dem Moment den Paffschwung... Diese blöden Jester-Zombies. Diese blöden Hofnahr-Zombies, ey. Wir werden, glaube ich, auch weiterhin einfach versuchen, ohne Projektile auszukommen, während wir im Mittelalter sind. Letzte Welle. Kommen hier noch ein paar Hofnahren? Ne, aber in der Mitte kommt da so ein Zauberer. Unten ist auch noch ein Zauberer. Warten wir erst mal ab, welche verzaubert werden. Beziehungsweise ich werde das erstmal bei dir machen. Nicht, dass du verzaubert wirst. Weil wenn dann noch ein Hofnahr kommt potenziell, dann hätten wir ziemlich verkackt. Ja, das dachte ich mir fast. Die sind auch auf der eigenen Reihe unterwegs, die Zauberer. Ich glaube aber, die können auch auf anderen Reihen Sachen verzaubern. Ja, können sie. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was bei denen irgendwie... Ah, und die Zombies ignorieren die Schafe einfach. Okay. Weil die Schafe halt nichts machen. Aber jetzt bin ich mir halt nicht sicher, ob die Zauberer nur quasi die vorderste Pflanze zuerst machen oder die vordersten auf ihrer eigenen Reihe. Dass die dann so quasi von vorne nach hinten durchgehen oder ob die einfach sagen können, nö, ich will jetzt den da verzaubern. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Das kann natürlich auch sein, dass die sagen einfach so, ja, auf der hintersten Reihe, nö. Du hast da einen Wall. Nee, jetzt nicht mehr. Bin ich mir gerade unsicher, ob das schon passiert ist oder nicht. Ah, der Pustepilz hat fast wieder ein Level ab und der Magnetpilz braucht noch ein bisschen. Aber den Magnetpilz haben wir noch nicht und dementsprechend bringt uns das nicht so viel, selbst wenn wir ihn aufleveln könnten. Produziere mindestens 5000 Sonnen. Na, das ist kein Problem. Gargantuas, Zauberer, keine Jester-Zombies. Das gefällt mir. Wir können aber so keine Sonnenblume benutzen. Das gefällt mir weniger. Deswegen benutzen wir einfach die Verlangsamung von mir aus, die Lava-Guave. Dann brauchen wir gute Projektile. Also gute Projektile wären natürlich eine gute Idee, glaube ich, in dem Punkt, an dem, in dem Moment. Äh, ba, 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 ba. Wir könnten auch das, irgendwie das Super-Power-Abfeld benutzen, aber nicht so nötig. Will ich die beiden mal wieder benutzen? Will ich den Gegnern ein bisschen Feuer unterm Hintern machen? Vielleicht. Und halt ein Stachelkraut. Gucken wir mal, ob das jetzt irgendwie halbwegs hinhaut, was ich da zusammengesetzt habe, weil... Hm, nee. Das ist nicht gut. Die Sachen kosten zu viel. Die Sachen, die Schaden machen, kosten zu viel. Äh, bitte Sonne, danke. Okay. Gut, wenigstens geben die Gräber jeweils immer Sonne. Ja, so. Okay, damit kann ich mich zufrieden. Damit kann ich mich abfinden. Wenn uns das Spiel auch auf die Art und Weise noch mehr Sonne gibt. So, dann einmal da. Und dann einmal so. Und dann verschling einmal das. Kann ich das machen? Nee, okay. Du bist nicht zu... Abzugraden. LavaGuava. Bum, 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 bum. Sonne, 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 Sonne. Danke. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Verlangsamen wir den mal ein bisschen. Du bekommst das hier. Hier. Über die Sonne. Ich brauche mehr Sonne. Ich brauche mehr Sonne. Gib mir mehr Sonne. Denn ich brauche Sonne. Was machst du, wenn ich das mache? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Wir werden es gleich sehen. Nee, du kommst auf jeden Fall sofort weg. Okay. Machen wir dich noch dahin. Wenn jemand bis hierher durchkommt, dann darf er das von mir aus haben. Aber jetzt kloppen wir erstmal ein bisschen Feuer raus, würde ich sagen. Um hier das Feld ein bisschen aufzuräumen. Und jawohl. Genau. Und damit haben wir jetzt so einen kleinen Eröffnungspunkt für unsere Offensive. Und mit der Offensive können wir auch die Gräber besser wegmachen. Wenn wir die Gräber besser wegbekommen, bekommen wir mehr Sonne. Und damit können wir mehr Angriffe machen. Mehr Offensive für uns veranspruchen. Und ihr wisst, was ich meine. Und einmal bitte hier. Dankeschön. Zack, zack, zack. Guckt euch die ganze Sonne an, die wir hier gerade geöffnet haben. Die sich uns erschlossen haben. So, bitte einmal eine Lava-Guave. Paz. Ja, klopp ruhig auf die Lava-Guave. Ist mir egal. Bin ich mal ganz ehrlich. Das ist mir relativ wumper. Hier, Feuer. Tja, löten wir den einmal weg. Und gut ist dann. Krise-Gewelle, wo Zombies nähert sich. Und es ist die letzte Welle. Oh, wir haben noch nicht genug Sonne. Wir haben bei Weitem noch nicht genug Sonne gemacht. Oh, 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 oh. Oh, oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht drauf geachtet, dass wir gar nicht genug Sonne gemacht haben. Mal. Ich glaube, wir machen zu viel. Ich glaube, wir machen zu viel Dingens. Ich glaube, wir machen zu viel Damage. Damage, Damage. Da, 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 da. Nicht toll. Das ist schon wieder die letzte Welle. Das kann doch nicht sein. Ich habe es schon wieder verkackt. Ich habe schon wieder nicht mal ansatzweise genug Sonne. Ach ja, komm. Als ob. Was soll ich denn machen? Okay. Dann wollen wir vielleicht die Leute einfach nur langsamer machen. Dann vielleicht eins von den Feldern. Vielleicht ein bisschen weniger Schaden. Aber dafür halt, ne. So, Leute langsamer machen. Und vorsichtshalber das. Vielleicht ist das irgendwie eine bessere Herangehensweise. Ich bin auch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Was jetzt gerade das Spiel von mir verlangt. Weil, ich habe ja eigentlich die Dingens die ganze Zeit, die Sonnenbohnen benutzt, wie ich, äh, wenn sie fertig waren. Genauso wie ich die anderen Sachen benutzt habe. Die mir so geboten wurden. Also, verstehe ich jetzt nicht ganz, was das Spiel von einem so richtig will, bin ich mal ganz ehrlich. Wahrscheinlich wirklich, dass man diese Sonnenbohnen benutzt. Und dass man den Dünger nur auf denen dann auch verwendet. Damit halt irgendwie wesentlich mehr Sonne aus den Gegnern rauskommt, vielleicht. Bin ein bisschen unsicher. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, oh, ich brauche mehr Sonne, ja, ich weiß. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, äh, dass ich die Sonne, die wir aufgesammelt haben, hier aufbrauche, nur weil wir Sachen kaufen oder irgendwie sowas zum Beispiel. Das ist es ja halt nicht. Aber mal schauen. Ich glaube, das könnte jetzt sogar schon, ich glaube, das sieht jetzt schon wieder wesentlich besser aus als sonst. Und ich bin mir nicht sicher, warum das jetzt so viel besser funktioniert als vorher. Vielleicht wirklich, weil ich jetzt kontinuierlich ein bisschen mehr, beziehungsweise weniger Schaden mache, aber auf zeitmäßig gesehen halt den Schaden einfach anders mache. Auch mit den kleinen Pilzen und sowas allen. Und weil ich auch die ganze Zeit die Gräber irgendwie mehr vielleicht verwende. Hier, mach einmal bitte Superbohne. Und da explodiert er einfach in einer großen Sonnenexplosion. Habe ich auch den Eindruck, dass das nicht die ganze Zeit so passiert war. Aber ich glaube, weil ich die Lava Guava halt sehr viel benutzt habe und immer so instant die Gegner kaputt gemacht habe. Das könnte vielleicht sein, dass das so ein Problem gewesen ist, was uns so ein bisschen das ruiniert hat, sage ich mal. Weil wir sind ja jetzt schon bei der Hälfte der Sonne. Das ist ja jetzt, das ist ja überhaupt kein Vergleich mit vorher. Wie das vorher so gelaufen ist. Also mal ganz ehrlich, das läuft ja jetzt wesentlich besser. My loving Mr. Singing Club, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist ja, das ist ja unfassbar. Aber ich sollte mich auch nicht zu früh freuen. Ich sollte jetzt auch nicht denken, dass das jetzt schon fertig ist. Ich muss weiterhin die Gräber so schnell wie möglich wegmachen und die Sonnenbohnen jedes Mal, immer wenn sie fertig sind, direkt einsetzen und verwenden. Weil wir sonst nicht genug Sonne bekommen. Danke, danke, danke. Du komm mal da hin. Du geh mal da hin. Du komm mal her. Danke. Du da hin. Ihr langsam. Du mach mal den weg. Beziehungsweise du kannst den weg machen von mir aus. Du bekommst die Bohne aufgepäppelt. Du machst das Grab da kaputt. Da oben kommt der Gargantua. Der ist diesmal irgendwie auf einer ganz anderen Linie als sonst. Äh, wupp. Ähm, einmal bitte Sonne. Äh, von mir aus dahin. Sonne. Äh, niemand frisst den hier. Den will einfach keiner fressen anscheinend. Ah, der Zauberer geht mir gerade auf den Sack. Oder die Zauberer. Das sind ja mehrere hier gerade. Äh, ja, mit der oberen Reihe habe ich gerade schon ziemlich abgeschlossen. Deswegen habe ich da jetzt, äh, einfach den Rasenmäher durchlaufen lassen, weil anders ging das jetzt nicht. Ich habe noch so viele Reihen, auf denen theoretisch die Sonnenbohnen stehen, die einfach nicht gefressen werden. Das finde ich natürlich jetzt auch nicht so toll. Deswegen machen wir hier mal langsam. Machen wir hier eine Sonnenbohne hin. Mach mal dichter hin. Ey, komm schon. Die Zauberer gehen mir echt auf den Piss. So, danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Yes, wir haben die Sonne zusammen. Sehr gut. Verlangsamen wir die jetzt mal ein bisschen. So, genau, du gehst in Sonne auf. Die beiden hier unten gehen mir halt noch ein bisschen auf die Nerven, aber das macht mir an sich keine Sorgen, denn wir haben die Lava Guave und mit der Lava Guave haben wir die jetzt platt gemacht. Dann haben wir noch den hier. Du wirst dann nochmal verlangsamt. Hier nochmal ein bisschen Feuerkraft. Und, bitteschön. Und nochmal Butter. Blub. Und weg mit dir, würde ich sagen. Hier, Lava Guave. Okay. Die Lava Guave sitzt jetzt einfach da und wartet darauf, irgendwas zu tun und sie wird da weiterhin sitzen. Äh, dritter Anlauf. Das mag ich jetzt natürlich nicht. Cool. Tja, ja. Aber das sind so einige Level. Äh, plane deine Verteidigung und besiege die Zombies. Das ist halt so bei einigen Leveln halt einfach so der Fall. Und zwar, dass wir dürfen keine Sonnen benutzen. Okay, das ist kein Problem. Ähm, das ist bei einigen Leveln einfach so ein bisschen der Fall, dass diese Sondervoraussetzungen, die man halt machen muss, oder Sonderherausforderungen wohl eher, ähm, dass die halt einem so ziemlich das Genick brechen, könnte man sagen. Also, dass die halt einem auf jeden Fall ziemliche Probleme bereiten. Äh, mir geht's auf jeden Fall oft so. Also, vor allen Dingen in den späteren Leveln. Vor allen Dingen später die Level. Äh, beim, beim Strand. Die Strandlevel haben manchmal richtig beknackte Voraussetzungen. Ähm, weil man manchmal beim Strand nur die Hälfte des Spielfelds benutzen kann. Und das ist natürlich nicht optimal. So, du kommst da hin, du kommst da hin. Los geht's. Dann bauen wir direkt erstmal ein Schutzfeld auf. Wir haben keinerlei Projektile, damit die Hofnahtzombies uns keine Probleme machen. Jeder Zombie bekommt immer erstmal Schaden durch das Kraut. Ich glaube, das sollte laufen. Dann haben wir direkt hinter den beiden Walnüssen haben wir Feuer. Ich glaube, das sollte das sollte genügen. Zur Not haben wir noch zweimal Spezialdünger. Damit warten wir, bis die halt hier vorne sind. Entweder bauen wir uns nochmal neu unsere Verteidigung auf, wenn es notwendig ist. Oder wir verwenden einfach die Feuerangriffe, die Superfeuerangriffe von den Drachen, weil die machen ja in einem in einem Neunerfeld alles kaputt. Und wenn wir ein Neunerfeld hier machen und ein Neunerfeld hier machen, geht einfach alles direkt kaputt. Das ist so unsere unser letzter Notnagel, könnte man sagen. Deswegen baue ich die Drachen auch immer so auf, dass halt die so hier in der Mitte sind, damit die so halt ein ganzes Feld zur Not kaputt machen können. Okay, wir können offenbar neuen Dünger bekommen. Das mag ich doch. Unser Schutzschild ist schon ein bisschen am flackern. Deswegen baue ich mal ein neues auf. Ja, und das sollte doch eigentlich schon reichen. Solange man bei der bei dem hier wirklich darauf achtet, dass man keine Projektile verwendet für die wegen den Hofnahtzombies ist alles in Ordnung. Jetzt machen wir hier die Zauberer noch kaputt, die da oben. Der wird auch gleich kaputt gemacht. Gut, der eine Zauberer ist schon vorher kaputt gegangen, aber ja, da sieht man einfach mal, es funktioniert. Die Strategie funktioniert einwandfrei. Da muss ich halt nur in späteren Leveln dran denken, besonders in der Moderne, weil Spoiler-Alarm, wenn wir dann in der Moderne sind, was im Grunde auch das Erste irgendwie Setting ist, da können alle Zombies vorkommen. Aus allen Gebieten. Und dementsprechend kann es dann eben auch ein bisschen knifflig werden, wenn zum Beispiel sowas wie diese Zombies eben, wie die Hofnahtzombies da einfach ankommen und durch die Gegend hampeln, während man versucht, noch gegen andere Zombies anzukommen. Da kann man ja nicht darauf achten, dass man komplett gar keine Projektile verwendet. kann man schon. Und es ist auch definitiv machbar. Eine riesige Welle, wo Zombies nähert sich und das ist die letzte Welle. Ah, ich dachte, der wird noch getroffen. Ich glaube, ich mache mal den hier. Damit der uns vielleicht ein bisschen unsere Pflanzen wieder eröffnet. Hat doch offenbar halbwegs funktioniert. Wenn die natürlich direkt vorne das, ne, das Stachelkraut wegmachen, was denen gerade Schaden macht und daraus Schafe machen und die dann ignorieren. Da ist so, da sind kleinere Lücken in meinem System. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, mein System ist nicht ist nicht bombenfest. Das ist kein Lottosystem. Mein Lottosystem, mein Wahlsystem ist lückenlos. Ne, ist es nicht. Es ist definitiv nicht. Na, kommt der oben durch, oder? Ne, das sollte mindestens das Blitzkraut da drunter noch schaffen. Jawohl. Und damit haben wir Nacht 15 geschafft. Nur noch fünf Nächte vor uns und jetzt bekommen wir den guten Magnetpilz. Ich weiß nicht, warum der so eine komische Zunge unten dran hat, aber Magnetpilz entfernt, Helme und andere metallische Objekte von Zombies. So. Meine Daten zufolge waren Eisen und andere Metalle, viel genutzte Materialien im Mittelalter. Deshalb sollte der Magnetpilz hier eine hervorragende Hilfe sein. Er zieht einmal Helme und andere Metallgegenstände von Zombies an. Manche halten das für Magie, aber eigentlich ist es nur Physik. Da hat Deppy Dave wirklich was erstaunlich Normales gesagt. Wer hätte das erwartet? Okay, hier dürfen wir jetzt wieder, ne, dich nicht. Hier dürfen wir jetzt wieder normal agieren mit allen möglichen Sachen. Ich weiß nicht genau, was bei dem irgendwie das Problem ist, beziehungsweise wie man mit dem am besten umgeht. Deswegen werde ich einfach genau dasselbe wie irgendwie die letzten Male immer so machen und fertig geht's. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie auf Metallstangen getragen wird und wenn der Magnet in der Nähe ist, dass der dann einfach nach unten fällt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, der dicke König, der getragen wird. Äh ne, ich wollte nicht den. Ich hab einfach nur so generell geklickt. Einfach aus Langeweile. Manchmal mach ich das. Wenn ich hier so warten muss, weil ich muss ja jetzt erstmal warten, bis ich hier irgendwas machen kann. Bitte? Kriege ich noch eine Sonne? Bitte? Ich müsste vielleicht eine Lava Guave hier irgendwo hinsetzen. Danke. So, genau, dann noch den letzten Pils da hinsetzen und dann warten wir ein bisschen darauf, dass wir ein bisschen mehr Sonne bekommen. Danke. Ja, mit der Lava Guave kann ich auch die beiden platt machen, weil der untere durch die Splash Damage natürlich auch was abbekommt. Aber jetzt sollten wir so langsam mal was offensives bauen. Vor allen Dingen wegen dem da. Wir können zwar nochmal die Lava Guave verwenden, aber ich bin nicht ganz überzeugt, ob das so auf Dauer eine Sache ist, die wir so durchziehen sollten. Die Pilze brauchen ein bisschen die mir Sonne geben. Das gefällt mir gerade gar nicht so, ehrlich gesagt. Aber machen wir so, weg mit dir. Vollkommen vergessen, wegen den Gräbern den mitzunehmen, den Grabfresser. Den habe ich vollkommen vergessen. Okay, er schickt immer wieder Leute nach vorne. Das mag ich natürlich nicht. Das wird mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Okay, er hat jetzt den einen Helm weggezogen. Früher war der glaube ich noch wesentlich besser tatsächlich. Der Magnet. Ach, als ob. Komm, hier. Spei mal dem König ins Gesicht. So, machen wir einmal Elektropower. Rakatower. Okay, gut, das war jetzt so unnötig. König weg, danke. Die Animation kannte ich gar nicht. Dass da erstmal der Kleine ist, der ihnen quasi irgendwie so eine Fanfare spielt und dass der König dann einfach auf ihm landet. Das kannte ich noch gar nicht. Das hatte ich gerade gar nicht so richtig mitgekriegt, was da passiert ist beim letzten Mal. Oh nee, keine Zauberer. Komm schon, lass doch Merlin weg. Lass doch Merlin zu Hause. Der ist schon alt genug. Dankeschön. Bitte einmal warum denn unbedingt der König? Ja, der König ist schon eine gute Sache, aber mach doch die ganzen anderen Bedrohungen erstmal weg. Das sind so einige hier auf dem Platz. Necromantie. Und nee, das ist wie Mantamanta bloß irgendwie nicht. Bloß halt anders. So. Jetzt habe ich natürlich hier wieder einiges an Fähigkeiten benutzt, aber wir haben auch nur noch nach dieser Welt haben wir nur noch vier andere Welten vor uns. Also wir machen guten 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 Fortschritt. Nee, nicht das. danke, weg mit dem Zauberer, weil damit haben wir dann jetzt hier wieder ein bisschen mehr Kraft. Dachte gerade, sehe ich irgendwie doppelt, aber nee, hier oben waren einfach zwei von den Helm-Zombies. Und ja, eigentlich gibt er uns ja gerade den Magneten dafür, dass wir den jetzt nicht hier mehr verwenden. Das tun wir irgendwie nicht so richtig. Was macht er denn? Was machen die Könige denn eigentlich mit den Helm-Zombies? Ist das quasi Ritterschlag oder was? Oh Mann! Irgendwie geht mir das gerade ein bisschen zu durcheinander alles. Lasst mich in Ruhe hier. Hä? Wo ist denn da jetzt einer durchgekommen? Bitte was? Okay, unsere Reihe ist Problemkind. Letzte Welle. Okay, wir müssen die Könige da weg bekommen. Das ist gerade so ein Ding, was nervt. Weil die halt einfach die ganze Zeit irgendwelche Leute herbei beschwören. So, weg mit dem Zauberer. Dankeschön. Nee, jetzt keine Fähigkeiten mehr. Das kriegt der auch so hin. Oder auch nicht von mir aus. So, Sturmwolke. Danke. Okay, sobald alle Untergebenen weg sind, sind die Könige auch platt. Ergibt Sinn. Äh, 81.000 Geld nur noch. Äh, zu viele Fähigkeiten benutzt. Äh, äh, überlebe, während Zombies durch bösartige Zaubertränke gestärkt werden. Oh, das sind ganz viele Tränke am Anfang. Okay, wir haben aber auch viele Gräber am Anfang. So, Grabfresser ist auf jeden Fall eine Sache, die wir mitnehmen sollten. Das darf ich diesmal nicht vergessen. Grabfresser, von mir aus auch der kleine Puffschroom, dann das, denn es gibt wieder Jester Zombies, das heißt, wir nehmen dich mit, das heißt, wir nehmen dich mit. Das heißt, am besten die für den Anfang und los geht's. Nichts, was über 150 kostet, ist, glaube ich, auch immer eine relativ gute Idee und eine relativ gute Sache. So, du kannst das erstmal anfangen kaputt zu machen. Dann hole ich mir den Nektar am Anfang und mache direkt den mittleren Pilz groß. Damit haben wir direkt erstmal einen Vorteil, was Sonne angeht. So, zack, zack. Sehr gut. Da einmal Feuer, da einmal Grabgefressen. Denn selbst, wenn die Zombies größer sind oder sonst was machen mit den Tränken, haben wir dann schon mal gut Sonne. Wir haben schon mal auf jeder Reihe Feuerpower, im wahrsten Sinne Feuerpower. Dann da noch. Elektro. Bam, bam, bam. Danke, danke. Hier, Dankeschön. Dann gib uns nochmal. Nein, das war falsch. Das war jetzt nicht schlimm, aber es war trotzdem nicht richtig. Ich hätte nämlich einen der Pilze, der noch nicht groß ist mit dem Trank, äh, mit dem Trank, mit dem... Ich hätte einen von denen vergrößern sollen. Mit dem Nektar. Mit dem... Nein, mit dem Dünger. Meine Güte. Ich sag's aber auch immer wieder falsch. Und nur weil, weil jemand in den Kommentaren halt so, so, so pedantisch war und mir immer wieder gesagt hat, was... dass ich irgendwo was falsch gesagt habe oder mich korrigiert hat oder mir gesagt hat, wie Sachen heißen, versuche ich jetzt die ganze Zeit die Sachen richtig zu benennen. Wie gesagt, im Grunde ist mir das egal, weil das das Spiel jetzt weder besser noch schlechter macht, wenn ich eine Sache mal falsch benenne. Ähm, aber... Ne? Man hat's dann trotzdem im Hinterkopf und versucht die Sachen dann doch richtig zu sagen. So. Ja, die kleinen Puff-Schrooms können wir halt benutzen, aber... Wenn's dann halt anfängt und die ganzen Dingens kommen, die Hofnarren, dann ist halt auch... Dann ist halt auch doof. Dann nervt halt auch. Necromantie! Seht ihr? Da ist schon einer. Das heißt Necromantie. Ich weiß, ich find's aber lustiger, Necromantie zu sagen. Ich weiß, wie's ausgesprochen wird. Ich hab's ja auch oft genug richtig ausgesprochen. Ich will aber nicht. Ich will einfach Spaß haben, wisst ihr? Spaß! Und ich will den Spaß mit euch teilen! Und ja, ich muss auch sagen, ich hab Spaß an dem Spiel. Ich hoffe, das kommt auch so halbwegs rüber. Ich muss mich halt nur echt extrem konzentrieren, hier keinen Mist zusammenzuspielen. Das ist immer die Sache. So, ne, den Drachen hätte ich da hinsetzen sollen. Damit ich unten alle, alle Könige direkt treffe. Ah, was? Du hast den König getroffen? Und? Wie war er so? Alt. Only King Charles things oder so. Keine Ahnung. Ja, kriegen wir den noch platt oder nicht? Scheinbar nicht. Nein. Okay, cool. Eine riesige Welle, wo es ein bisschen nähert sich und es ist die Nekromantie. Denn es war noch nicht die letzte Welle, noch nicht mal ansatzweise. Na, man kann schon langsam aber sicher die letzte Welle erkennen, sagen wir es mal so. So ist es nicht. Aber wir machen solchen Zombies halt einfach zu wenig Schaden. Ich hätte, okay, das ist, das war eigene Schuld. Ich hätte, ich hätte halt wirklich die, die Dingens mitnehmen sollen. Äh, äh, den, 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 ne, ihr wisst schon. Den Magneten hätte ich mitnehmen sollen. So. Da, 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 weg mit den Königen. Danke. Ja, der Magnet macht ja, da sind ja die Hofnahen, die haben ja keine, keine Synergie miteinander oder irgendwas. Also die Magneten aktivieren ja jetzt die Hofnahen nicht oder so. Also da hätte ich wirklich, hätte ich wirklich mitnehmen können. Ist ja jetzt per se nicht so schlimm. Das Einzige, was jetzt hier nervig ist, sind halt die Gräber, die immer wieder aus dem Boden kommen. Aber die haben halt schön meinen Drachen jetzt nach vorne geworfen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Und eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Und diesmal ist es die letzte Welle. Ah, Gargantua. My old nemesis. So, du mach mal bitte, bevor du hier verwandelt wirst, Feuer. Ja. So, du kommst dahin, du mach mal die unteren Reihen platt. So, dann packe ich ihm einfach die ganze Zeit kleinere Pilzchen oder so eine Sachen unter die Füße, damit er die die ganze Zeit platt macht. So, bis wir den Gargantua fertig gemacht haben. Hier, bitte. Hier, bitte. Handy habe ich gerade erst hingesetzt. So, und weg ist er. Sehr schön, hat funktioniert. War ein bisschen, war vielleicht ein bisschen heikel, aber hat funktioniert. Das hätte auch schief gehen können, bin ich ganz ehrlich. So, auf nach Level 18 mittlerweile. Überlebe den Zombieangriff mit den vorgegebenen Pflanzen. Okay, was haben wir dann jetzt? Ach, man, Projektile. Warum denn so viel Projektilpflanzen? Ganz ehrlich. Also, ich kann halt, ich kann halt hauptsächlich mit dem Stinkepilz arbeiten, aber der kostet halt für den Anfang zu viel. Als dass das jetzt wirklich eine Taktik ist, die irgendwie gut wäre oder so, jetzt darauf zu gehen. Ich habe nicht mal Grabfresser bekommen. Ah, das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen dezent nervig. Aber dann warten wir erstmal, versuchen wir den jetzt erstmal so lange wie möglich zu ziehen, bis die nächsten Zombies kommen. Und da kommen sie auch schon. weil ich kann mir ja nicht mal die anderen leisten. Bitte schön. Ich hoffe, er macht genug Schaden. Eins, zwei, drei, viermal pusten. Fünfmal pusten. Na hier, bitte. Dann habe ich den Conehead wenigstens auch schon weg. Ach, Mann. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn-Level schon wieder. Ich wollte gerade, ich habe gerade überlegt, neu zu starten und mir andere Pflanzen auszusuchen, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe die Pflanzen ja nicht mal ausgewählt. Das ist ja nicht mal auf meinem Mist gewachsen diesmal. Das ist ja das Spiel selber, was mir gerade diesen Mist vorgesetzt hat. Ja genau, jetzt passiert nämlich der Scheiß. So, gib mir mal, das habe ich wieder falsch gemacht. Naja, nicht so schlimm. Ja, eingefroren, danke. So, du dahin. Oben haben wir noch nicht genug. Äh, dementsprechend, du dahin. Ach, du Blöde. Deswegen machen wir den hier, weil da kriegen wir hier sowieso Sonne raus. Äh, ja. Hör auf! Mann, die Zauberer sind echt zum Korzen. die sind echt nicht toll. Necromantie und alle natürlich Coneheads. Natürlich. Natürlich sind alle von euch Coneheads. Warum auch nicht? Ein bisschen Fairness wäre ja natürlich zu viel verlangt. so. Babam, danke. Hier nochmal, genau, und dann machen wir mal den hier. Wusch! Sonne, 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 Sonne. Noch mehr Puffshrooms. Könige. Hier. Hier. Weiß nicht genau, was du mit den Metallhelmen machst, lieber König, aber lass es bitte. Lass es einfach. Dann noch ein Stinkepilz. Bumm. Einmal eingefroren, bitte. Äh, es gefällt mir alles gar nicht. Das gefällt mir alles gar nicht, diese Könige nerven. Diese Könige sind einfach sehr nervig. Generell, es ist hier alles gerade nervig. Ich hoffe, ich bin nicht nervig. Ah, ha, 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 nein, kein Zauberer, bitte kein Zauberer. So, mach du mal hier alles auf der Reihe platt, danke. Oder annähernd alles auf der Reihe platt machen. Warum die untere Reihe jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt hier das Problem gewesen? Hatte ich da keinen, keinen Paffschwurm oder was? Oh mein Gott! Es sind zu viele auf einmal. Es sind echt viel zu viele auf einmal. Ich glaube, die Könige, die schicken einfach neue Ritter vor. Ich glaube, das ist es. Hier, puste den König einfach, stink ihm direkt ins Gesicht. Vielleicht ist das was denn? Ist er dann schnell weg oder so? Nee, hier noch mehr. Mann! Lass mich in Ruhe. Wie kommst du denn da einfach in die Mitte der ganzen Geschichte? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Heilige Bim Bam! Danke! Und Butter! So, Dankeschön. Jetzt habe ich vielleicht halbwegs irgendwie eine Art Chance. Letzte Welle. Ah, meine Güte, habe ich da gerade viel Geld ausgegeben. Letzte Welle, letzte Stelle, letzte Welle, 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 Welle. Nee, eingefroren bitte, danke. Denn da unten ist kein Pustepilz. Nee, Pustepilz war ein anderer. Da ist kein Stinkpilz. Um den wegzumachen. Ja, ich werde die Nuss aber trotzdem neu machen. Genau. Einfach deswegen. Und dann kann er sich nämlich um die Helmzombies kümmern und dann sagen wir einfach mal, komm, mach schneller, weil sonst sitzen wir hier noch ein paar zehn Minuten. Okay, ohne Fähigkeiten zu verwenden, wäre dieses Level halt echt... Nee. Ohne Fähigkeiten hätte ich dieses Level dreimal gemacht, wahrscheinlich. Da hätte ich das bestimmt wesentlich öfter machen müssen. Also, das war jetzt nicht einfach. Ich sollte das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nur weil das nur 20 Level sind, heißt das nicht, dass es einfacher wird. Ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das jetzt durchaus ein bisschen schlimmer gemacht, stärker gemacht. Also, wahrscheinlich weniger Level, aber dafür sind die Level schwerer, das wollte ich sagen. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Äh. Okay. Ich kann die Sonnenblume benutzen, theoretisch. Dann haben wir auch schnell Sonne. So, ich will die Unendnuss auf jeden Fall mitnehmen. Nee, wir wollen am besten keine Projektile haben. Das heißt, wir machen wieder das, wir machen wieder Feuer, wir machen wieder dich und wir nehmen die Lava Guave mit da. Genau. Und mit der Unendnuss machen wir hier vorne einfach Anführungszeichen einfach versuchen mal so viel wie möglich eine Barriere aufzubauen. Na, ich hätte den Grabfresser mitnehmen sollen. Ich hätte den Grabfresser mitnehmen sollen. Äh, warte, Neustart, ja. dafür packe ich glaube ich das Stachelgras weg. Ich glaube dafür nehme ich das weg. Oder will ich den Elektro... Ich nehme glaube ich den Elektropilz weg, ja. Dass wir mehr mit Feuer auf allen Reihen arbeiten. So, jetzt müsste der Grabfresser fertig werden. Dann kriegen wir daraus glaube ich 50 Sonne. Damit können wir uns eine Lava Guave kaufen. Ah ne, wesentlich mehr sogar. Seht ihr? So, funktioniert Strategie. Dann holen wir uns noch die hier. Zack. Sonne, Sonne. Du mach mal den weg. Drei, vier und fünf. So, ich weiß nicht, wie sich das Spiel denkt, dass man jetzt schon irgendwie auch nur ansatzweise irgendeine Verteidigung aufgebaut hat, die irgendwas taugt. Aber irgendwie Irgendwas scheint sich das Spiel ja dabei gedacht zu haben. Dankeschön. Und bitte sehr. So, Feuer. So, was haben wir noch? Wir machen den auf jeden Fall weg. so. Krakatauer. Bitte einmal Sonne, Sonne, weil wir haben irgendwie noch überhaupt nicht genug Feuerpower. Du kommst dahin. Ja, okay. Das gilt nicht als verloren. Jetzt ist der nur ein Schaf. Das ist ja nicht das große Problem. Okay, der ist zu weit weg. Duly Noted. Ja. Damage, 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 Damage. Cool. Ja, genau. Dann haben wir erstmal einen Moment Ruhe hier gerade gehabt. Für einen Moment war Stille. Dann bauen wir mal hier noch ein Schild auf. Da weiß ich jetzt natürlich nicht inwiefern. Necromantie! Inwiefern das hilft oder nicht. So, aber ich muss auf jeden Fall hier mehr Sachen aufbauen. Hilft das? Macht das irgendwie mehr? Ne, macht das nicht. Das war jetzt nur Verschwendung. Das war jetzt gerade nur Verschwendung. Haben wir hier noch einen Grabstein? Da haben wir noch einen Grabstein. Hier unten Lavaguabe, danke. Ihr kommt her, du kommst hier hin. Ne, Feuer dort bringt nicht viel, das heißt, wir bauen dich dort auf. Dich Stinkepilz. Genau, solange unser Verteidigung, unsere Verteidigung, unser Verteidigungswall unsere Firewall noch steht quasi, ist alles vollkommen in Ordnung. Solange müssen wir uns erstmal keine großen Sorgen machen, aber die obere Reihe macht mir Sorgen, die macht mir extreme Sorgen sogar. Bin ich mal ganz ehrlich. eine riesige Welle wo Zombies nähert sich. Letzte Welle. Das war die falsche Reihe, ich habe die Guava auf die falsche Reihe gesetzt. Feuer. Gut, dass ich den gerade dann noch dahin gesetzt habe. Ich glaube, das Feuer hat durchaus geholfen. Guava in Angriff. Die beiden sind ein Glück auf den Reihen, wo jeweils kein, keine zu verteidigende Pflanze ist. Ich glaube aber trotzdem, das wird nichts. Okay, den haben wir weg. Das ist gut. Guava in Angriff und dann sollte das passen. Jawohl. Ich habe schon gedacht, ich muss hier am Ende vielleicht doch noch eine Fähigkeit benutzen, aber nein. Hat auch ohne geklappt. Jedenfalls am Ende das bisschen. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Welt angekommen und müssen und müssen erneut gegen Professor Dr. Sombos antreten. Ein Ersuchen an euch, unwürdiger Feind. Habt ihr bemerkt, wie wild eure Pflanzen werden, wenn sie Spezialdünger bekommen? Nun, und habt ihr euch schon einmal gefragt, woraus der Dünger besteht? Fürwahr, ich sage es euch, Zombies. Spezialdünger wird aus Zombies gemacht. Nicht möglich, wir düngen unsere Pflanzen nur mit hochwertigem Bio. Hey Penny, woraus besteht der Spezialdünger nochmal? Ich fürchte, die Zusammensetzung muss ich erst analysieren, Benutzer Dave. Ich führe ein paar Tests durch. Etwas Geduld, bitte. Und am Ende stellt sich wahrscheinlich heraus, dass Professor Sombos selber Deputy Dave ist. Oder irgendwie so ein Kram. Okay, du hast jetzt die Reihen kaputt gemacht, da dürfen wir jetzt also nicht aber da kann ich sowieso glaube ich kaum was pflanzen. Na ja, schauen wir doch mal. Shrimpchen. Okay. Well, kann ich auch. So, auf der hintersten Reihe machen wir die. So. Äh, Jester Zombies. Und das nicht zu knapp. Oh mein Gott. Das Spiel kann auch, kann auch erstmal Moment mir bitte eine kleine Verschnaufpause. Heilige Mutter von allem, was kein Nektar frisst. Okay, ich weiß nicht, warum der Magnet jetzt aufgepowert war, aber er war aufgepowert. Ja cool, wir haben schon einen unserer Rasenmäher verloren, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Kloppen weg. Sehr gut. So wollen wir das doch sehen. auch wenn irgendwie gerade eben die Lebensleiste ein bisschen verbuggt war, weil er mehr Schaden genommen hat, als er braucht, um in die nächste Phase zu gelangen. Das kann das Spiel natürlich nicht hinnehmen und hat das direkt wieder zurückgenommen. So ein Schwachfug. Wenn ich schon schaffe, ihm mehr Schaden zu machen, dann gib mir doch das bitte. Da ist doch jetzt nichts weiter böses, Schlimmes dran. Oh ja, genau. Auf den verbrannten Feldern kannst du nichts pflanzen. Na gut, wenigstens hat er auch die Zombies mit verbrannt und ich war da jetzt nicht komplett aufgeschmissen in dem Moment. Toll ist trotzdem anders. Toll ist das trotzdem nicht. Ja, genau. Mach das direkt auf den Feldern. die ich gerade versuche zu schützen beziehungsweise nicht zu schützen, sondern die ich gerade versuche irgendwie aufzu mit Sachen zu bestücken. Das finde ich dann immer ziemlich mies, wenn er genau rein zufällig genau gerade da Feuer macht, wo ich gerade was hingesetzt habe oder hinsetzen wollte. ist natürlich nur in dem Moment gerade ein bisschen Pech. Aber ich finde es gut, dass er da gerade die Gargantuas weggemacht hat. Die beiden auf der oberen Reihe gefallen mir gar nicht, weil oben haben wir keine Dings mehr. Oben haben wir keinen Rasenmäher mehr. Und oben sind gerade drei Gargantuas und wir haben nicht ansatzweise irgendwas um mit denen fertig zu werden. Das ist gerade einfach nur hoffen, dass wir es zeitmäßig schaffen, die irgendwie anders geht es nicht. Das Spiel lässt mir gerade keine andere Wahl, als das zu machen. Ich habe nicht genug Zeit und nicht genug Pflanzen oder irgendwas, um da jetzt das anders zu schaffen, als die Fähigkeiten zu verwenden. Ich würde es nicht tun, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Wow. da hin, wie ich dir das sage. Nein. Das sehe ich nicht ein. Der Gargantua stand auf einem Flammenfeld und ist nicht kaputt gegangen. Das ist Quatsch, das ist Käse. Er ist schon gebrutzelt, aber macht trotzdem noch sein Angriff fertig. Warum? Ah, das ist schwer. Ohne die Fähigkeiten wäre ich halt echt aufgeschmissen gewesen bisher. Pause! Ach Gott. Ja, die erste, die erste Folge vom, ähm, äh, vom Hörspiel Scotland Yard fängt erstmal damit an, dass einer der Charaktere eine N-Bombe droppt. Äh, also einer, es ist ein nebensächlicher Charakter, also es ist keiner der Hauptcharaktere oder so, aber es ist halt einfach, der sagt, Pause, Pause, da ist ja das N-Wort Baby. Äh, und dann, und dann fragt der eine Charakter irgendwie, N-Wort Baby, was ist denn hier los? Der Brian hat sie wohl nicht mehr alle. Der neue hat die, hat die, hat die, ne, der Brian hat die neue geschubst und sie N-Wort Baby genannt. Und dann sagt er das noch zweimal und dann wird er von Benni verprügelt. Bis die neue ihm sagt, er soll damit aufhören. Ja, okay, dann gehe ich noch ein bisschen Franz lernen. Und dann haut er, haut Benni ab. Benni, der Held von uns allen. Der Held, der wir alle sein wollen. Aber ein Hörspiel so anzufangen, also die 80er, ich glaube, das ist aus den 80ern. Vielleicht sogar aus den 90ern, aber ein Hörspiel so anzufangen, das waren damals noch ziemlich andere Zeiten, wie man merkt. So, jetzt sollten wir es doch aber geschafft haben. Sombas sollte jetzt eigentlich besiegt werden. Machen wir noch hier Special Dünger, machen wir noch einmal Pause und dann haben wir es. Jawohl. Und damit haben wir den Schlüssel für das Neon Mixtape die Neon Mixtape Zukunft oder irgendwie sowas Ebene freigeschalten. Es deutet nichts darauf hin, dass Spezial Dünger Zombies oder Zombie irgendwas beinhalten. Puh, Pflanzen sollten keine Zombies essen. Die Pflanzen sollten keine Zombies essen, die Pflanzen essen. Außer der Schnapper. Der muss, der muss, denn er braucht die Ballaststoffe. Warum lügt euer Zeitreisender Gefährt euch an? Vielleicht machen wir uns da mal Gedanken drüber. Ich gehe nun. Man stelle sich einen Abgang mit manischen Gelächter vor. Genau. Ne, es ist ganz einfach. Der Spezial Dünger ist in den Zombies, weil die Zombies die Pflanzen essen. Weil die Pflanzen so gut sind. Aber wenn wir die Zombies kaputt machen, kommt der Dünger wieder raus. Das heißt, der Pflanzendünger ist aus den Pflanzen selber. Er ist biologisch abgebaut. Da hat Depi Dave schon vollkommen recht. Vielleicht. Wer weiß. Und am Ende ist Depi Dave einfach so hin und weg von dem Taco, weil er Gehirn beinhaltet. Wer weiß. Wir hätten den Magnetpilz die ganze Zeit aufleveln können und ich hab's vergessen. Es tut mir leid, Leute. Aber damit haben wir die Neon Mixtape Tour freigeschalten mit 32 neuen Leveln. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich nicht nur zwei Folgen für brauchen. Und das erste, was wir jetzt hier bekommen, ist, die fette Beete bringt die fetten Beats und langt ordentlich zu. Genau. Weil die schalten wir dann als nächstes frei. Und ja, hier, das wird dann unser nächstes Level werden. Ich hab aber auch schon, ja, das hab ich alles schon mal gespielt, aber privat und nicht im Let's Play. Ich hab doch tausend und dreifach geguckt, ob ich Let's Play-mäßig nicht irgendwas doppelt gerade mache. Aber ich denk mir immer wieder die ganze Zeit, was ist, wenn ich jetzt doch irgendwas doppelt mache und eigentlich nicht machen müsste und was ist, was ist los? Das bin ich, so kling ich. Ja, aber ich würd sagen, die Neon Mixtape Tour beginnt dann beim nächsten Mal, denn das war's jetzt mit dieser Folge von Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und an der Stelle sag ich wie und wie. Tschüss, bis dann.